Du findest es spannend mit und für Menschen zu arbeiten? Du hast Spaß an der Arbeit mit Menschen aller Altersklassen? Du hast eine positive Ausstrahlung, bist hilfsbereit, flexibel und geduldig? Dann ist die Ausbildung zum Pflegefachhelfer genau das Richtige für dich. Zum einen qualifizierst du dich hiermit für die dreijährige Ausbildung, aber zum anderen, was viel wichtiger ist, schaffst du es in einem Jahr durch einen beruflichen Abschluss auf eigenen Beinen zu stehen. Die Zulassungsvoraussetzungen sind, dass du mindestens 16 Jahre alt bist und einen Mittelschulabschluss hast. Deine Tätigkeitsbereiche in der Pflege sind vielfältig. Zum einen natürlich die grundpflegerische Versorgung, zum anderen spielst du aber auch eine wichtige Rolle in der Alltagsgestaltung für die Pflegeempfänger. Und es gibt noch vieles, vieles mehr, was dich in der Pflege beschäftigt. Dabei arbeitest du immer in einem Team, aber in der ambulanten Pflege, der stationären Langzeitpflege oder in der Akutpflege. Warum ist die Ausbildung schön? Jeden Tag was Neues, viele lachende Gesichter und viel Freude am Beruf. Ich liebe die Ausbildung als Pflegefachhelfer, weil wir die Menschen unterstützen. Bei uns im Pflegeheim der Hospitalstiftung ist die Arbeit der Pflegefachhelfer sehr wertvoll. Für unser Team, aber auch natürlich für unsere Bewohner. Die Pflegefachhelfer begleiten sie ein Stück in ihrem Alltag und sind da einfach ganz nah dran. Neben der Grundpflege führen sie auch weitere wichtige Tätigkeiten durch, wie zum Beispiel Medikamentengabe, Insulinspritzen, Vitalzeichenkontrolle oder auch mal kleinere Verbandswechsel nach Anleitung. Sie sichern so also in Zusammenarbeit mit den Pflegefachkräften eine hohe Pflegequalität und das macht alle Beteiligten zufrieden. Ich mache den Beruf gerne, weil ich gerne für die Leute da bin und ihnen helfe. Dafür sind wir dankbar. Aus meiner Sicht ist die einjährige Ausbildung wunderbar geeignet für ganz junge Menschen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie in einem sozialen Beruf arbeiten möchten, aber auch für die sogenannten Altenhasen, die schon lange in der Pflege arbeiten und so ihre Kompetenzen und Fähigkeiten nochmal erweitern möchten. Also ich kann es nur empfehlen. Du solltest dich für die Ausbildung zum Pflegefachhelfer entscheiden, weil es macht Spaß mit Menschen zu arbeiten und man täglich die Dankbarkeit der Pflegeempfänger zu spüren bekommt. Weitere Informationen findest du auch auf unserer Webseite. Auf Wiedersehen.